Guten Morgen, Sascha von netbocknews.de hier und wir sind auf dem Intel-Stand und schauen uns wieder ein paar Ultrabooks an. Und zwar, lustigerweise haben wir das hier gerade entdeckt. Kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Nein, das ist nicht von Gigabyte, das ist nicht das X11, sondern das ist das Mauscomputer Lovebook und das ist absolut baugleich zu dem Gerät von Gigabyte. Und deswegen machen wir jetzt auch gar nicht die große Show, um zu zeigen, was für Anschlüsse und so weiter da dran sind. 11.6-Inch-Gerät, Core i5 bzw. Core i7, Avalid Bridge natürlich, rennt unter Windows 8, wie ihr hier sehen könnt. Ihr seht ein schönes großes Trackpad, leckeres Secret-Keyboard und ist natürlich auch, wie das Gigabyte, komplett in Carbon gehüllt. Und wiegt deshalb auch nur 975 Gramm. Wir machen den ganzen großen Rundumschwenk gar nicht. Und das ist das Mauscomputer Lovebook. Sieht aus wie das Gigabyte X11, ist wie das Gigabyte X11. Ich bin Sascha von Netbock News.de. Vielen Dank fürs Zusehen.